Es ist endlich, endlich Dezember. Mein absoluter Lieblingsmonat im Jahr. Und was mich besonders freut, es ist zumindest in weiten Teilen gesellschaftlich wieder akzeptiert, Weihnachtsmusik zu hören. Bei mir dudelt diese Musik schon, sagen wir mal, seit Anfang November durch die Lautsprecher. Meine Mitbewohnerinnen finden das nicht ganz so lustig, meine beste Freundin, naja, macht sich darüber lustig und mein Bruder zieht einfach mit. Ich weiß nicht, warum ich so auf diese Weihnachtsmusik stehe. Und zwar kommt da wirklich alles. Last Christmas von Uem, Michael Dublé, auch Ocom Ocom Emanuel, manchmal sogar Rolf Zukowski. Vielleicht liegt es daran, dass in allen Liedern Friede, Geborgenheit, dieses heimelige Gefühl von Weihnachten besungen wird. Und naja, wir Menschen einfach uns nach genau diesem Gefühl sehen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich freue mich einfach nur wahnsinnig, dass es mit großen Schritten auf Weihnachten zugeht.